Moin Leute, die Pfeiler hier und willkommen zum neuen Video von mir auf meinem Kanal. Heute gibt es ein weiteres Goldfarm Guide Video. Ich habe einen richtig geilen Goldfarm Spot für euch wieder herausgesucht heute und deswegen ein weiteres Video der Reihe der Alltag von WoW-Millionären. Wie finanzieren sie ihren Wohlstand? Wir werden es herausfinden. Heute werden wir Feuerpartikel farmen. Die braucht man für das sogenannte Urfeuer oder Primal Fire auf Englisch. Primal Fire ist am Anfang von Burning Crusade das teuerste Primal. Es ändert sich in den nächsten Wochen auf Primal Air, weil man Primal Air dann für viele wichtige Verzauberungen benötigt. Aber Primal Fire ist momentan auf jeden Fall das teuerste. Checkt das aber auf jeden Fall nochmal auf eurem Server im AH. Ja, wo bekommen wir diese Feuerpartikel? Das könnt ihr natürlich in Wowhead nachschauen. Lasst euch aber bitte nicht von den 77% hier oben beeinflussen. Da denkt man dann immer, oh dann gehe ich einfach nach Netherstorm. Diese Viecher sind leider sehr verteilt über die Map. Kann man nicht wirklich farmen. Lohnt sich nicht. Macht das bitte nicht. Wir gehen hier direkt zu dem zweiten Spot heute und wir farmen die sogenannten glühenden Höllenfunken, die sich quasi hier oben nördlich von Swalmar auf der Höllenfeuerhalbinsel befinden. Ja, ich werde euch gleich kurz den Spot mal zeigen und dann werden wir am Ende nochmal schauen, wie viel Gold wir hier ungefähr in einer Stunde machen. Vielleicht auch noch ein kleiner Hinweis an der Stelle. Ihr könnt natürlich auch hier auf dem berühmten Elementarplateau, kennt ihr vielleicht auch hier diese Feuerelementare farmen. Aber was ich interessant fand, die haben zum Beispiel nur eine 28%ige Drop Rate, während die, die wir haben, eine 35%ige haben. Und ich kann euch nur so viel sagen, Leute, den Unterschied merkt ihr wirklich. Wir farmen quasi hier diese Elementare hier oben und es ist wirklich krass, wie viel hier von droppen. So, wir gehen mal in-game rein. Wir befinden uns quasi hier schon mit dem epischen Flugmount über dem Farmspot von heute. Und hier kommen wir eigentlich auch schon zu dem wichtigsten Punkt von dem Farmspot, der ihn meiner Meinung nach momentan so unglaublich lukrativ macht. Denn hier oben kommt man eben nur mit einem Flugmount hin. Ja, hier könnt ihr quasi gar nicht hinkommen, wenn ihr keinen Flugmount habt. Ihr seht, das ist quasi hier komplett von Bergen umschlossenes Gebiet. Ihr könnt hier quasi einfach hochfliegen. Ihr habt sogar einen Friedhof hier oben. Das heißt, wenn man mal stirbt, kann man hier einfach wieder hingehen und es ist wirklich einfach der absolute Dream. Hier oben auf dem Plateau wird in ein paar Tagen oder ein paar Wochen der neue World Boss erscheinen. Hier werden sich dann die Gilden drum kloppen und drumherum finden wir eben diese Feuerelementare. So, was ist jetzt wichtig hier zu beachten? Wichtig ist vor allem, ihr farmt nur diese Feuerelementare hier. Ja, wir fliegen hier einmal schön rum. Die spawnen ja überall zwischendurch. Ihr seht hier, die Leute sind schon fleißig am farmen. Die hier farmt ihr bitte nicht. Und ganz wichtig, diese Elite hier farmt ihr auch nicht. Die wollt ihr auch nicht farmen. Die droppen auch nichts schönes und so weiter. Sind mega schwer zu killen. Und ihr farmt quasi einfach hier immer nur diese Feuerelementare. Und jetzt kommen wir auch schon zu der kleinen Einschränkung, die aber den Spot auch für viele Leute so gut macht. Ihr profitiert hier wirklich ungemein von dem epischen Flugmaud. Ich kann euch sagen, ihr seht hier, wir haben es hier gerade irgendwie 1 Uhr mittags irgendwie und die Leute sind schon fleißig am farmen. Ich kill hier gerade mal eins. Und ihr profitiert eigentlich ungemein davon, wenn ihr ein episches Flugmaud habt, weil ihr einfach hier eins von den Elementaren killen könnt. Und quasi dann, nachdem ihr das gekillt habt, na komm schon, na komm schon, na komm schon. Könnt ihr quasi, oh mal direkt einen Mord bekommen. Perfekt fürs Video. Danke an der Stelle. Könnt ihr quasi direkt zum nächsten Fliegen, ja, in Bombengeschwindigkeit und das dann quasi auch direkt wieder pullen. Ja, ihr seht schon, wenn ich jetzt hier gerade mit meinem normalen Mount lang geritten wäre, dann hätte ich safe irgendwie den einen oder anderen Elite gepullt. Ich hätte vielleicht so ein Vieh hier gepullt. Also es ist nicht wirklich mega gut machbar mit einem normalen Epic Mount, würde ich sagen. Und auch das normale Flugmaud ist ein bisschen blöde, weil dann seid ihr zwar in der Luft, aber mega langsam unterwegs. Deswegen würde ich schon sagen, ihr profitiert hier ungemein, wenn ihr quasi ein Epic Flugmaud habt. Ja, wenn ihr das aber habt, ist es meiner Meinung nach der lukrativste Goldfarm, den ihr momentan machen könnt. Und jetzt gehen wir mal kurz ins Aha und checken die Preise ab und gucken, wie viel Gold wir hier wirklich in einer Stunde machen. So, wir sind jetzt hier im Aha angekommen und wir geben hier direkt mal Primal Fire ein und gucken, okay, wir bekommen momentan 40 Gold für einen Primal Fire. Wichtig an der Stelle, Leute, das nächste Video auf dem Kanal hier ist ein Video, wo ich diesen Farm eine halbe Stunde gemacht habe und quasi euch auch belege, wie viel Primal Fire man da wirklich in einer halben Stunde und dann quasi hochgerechnet ungefähr auch in einer Stunde machen kann. Also bitte das nächste Video abchecken, wenn ihr quasi den Beleg für den heutigen Farm haben wollt. Gestern, wo ich den Farm gemacht habe, war ein Primal Fire noch 45 Gold wert. Heute sind wir schon bei 40 Gold. Behaltet auf jeden Fall die Preise auf eurem Server im Blick. Genau, und zwar habe ich in einer halben Stunde drei Primal Fire gefarmt. Das wären schon 120 Gold und fünf Mode of Fire. Das sind so im Schnitt, naja, nehmen wir mal so ein bisschen weniger. Sagen wir mal fünf Gold ungefähr pro, das heißt nochmal plus 25 Gold. Und dann habe ich noch grüne Gegenstände und graue Gegenstände, die die Mobs auch noch droppen können. So im Wert von, ja, ich würde mal sagen 30 Gold ungefähr. Sind wir bei 175 Gold in einer halben Stunde, Freunde der Nacht. Wenn wir das jetzt quasi verdoppeln, wären wir eben bei den genannten 350 Gold pro Stunde. Und schaut euch wie gesagt das Video an, was ich so gemacht habe. Ich war sicherlich mit den Greens ein bisschen lucky. Ihr müsst natürlich auch mal gucken, wie die Drop Rate bei euch sein wird. Aber 35% ist schon wirklich viel. Und ja, das ist meiner Meinung nach der beste Gold Farm, den ihr momentan in Burning Crusade machen könnt. Wichtig an der Stelle, Primal Fire wird wahrscheinlich in den nächsten Wochen ein bisschen sinken, weil dann einfach die meisten Leute ihre Schmiedekolben geschmiedet haben, ihre Schneiderrezepte fertig haben und so weiter. Und dann wird Primal Fire erfahrungsgemäß immer ein bisschen billiger. Von daher, wenn ihr das quasi machen wollt, dann fangt besser schnell damit an. In dem Sinne würde ich sagen, wir sind den WoW-Millionären einen weiteren Schritt näher gekommen, wie sie ihren Wohlstand in WoW finanzieren, Leute. Und schreibt mir gerne eure Meinung zu dem Gold Farm in die Kommentare. Und in dem Sinne sehen wir uns im nächsten Video wieder. Euer Defiler. Ciao, ciao. !